Willkommen zurück hier bei Mass Effect 2. Wir sind wieder zurück auf der Normandy, nachdem wir uns auf dem letzten Planeten so ein bisschen, ja, doch ein bisschen zu lang aufgehalten haben, gebe ich zu. Da wollte ich ein bisschen zu viel und habe zu wenig getan. So ist das eben. So ist das Leben. Ich kann halt es auch nicht jedem recht machen. Aber, nun ja. Nun sind wir wieder am munteren Scan und ich weiß schon wieder nicht worüber ich reden soll, deswegen währenddessen. Also dieses Scan, das geht mir irgendwann euch. Das geht mir echt auf Eier so ein bisschen. Also hier brauche ich nicht. Weg. Niedrig. Pfui. Bäh. Niedrige Rohstoffvorkommen. Was haben wir hier? Hoch. Hoch. Nee. Mittel. Weg. Will ich nicht. Mittel ist pfui. Mittel ist ganz pfui. Pfui. Bäh. Was haben wir hier? Hoch. Mittel. Mittel. Hoch. Hoch. Gut. Hier scannen wir noch mal ein bisschen. Oh, Element Zero. Element Zero. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Oh, ich bin schön für Element Zero. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Schaden kann es nicht. Und noch mehr Element Zero und ordentlich Palladium. Ach, ist das schön. Hier auch wieder beides. Anubis. Anubis, was? Klingt ein bisschen nach Anubis, ne? Oh, jo. Was willst du da machen? Da bist du nicht gegen eine Feith. Irgendwie müssen wir ja an diese Rohstoffe kommen. Ich bin krampfhaft wieder am überlegen, was für ein Thema ich jetzt hier währenddessen anschneiden könnte. Das letzte Mal hatte ich ja darüber gesprochen, über die Sprache, äh, über die Schlaftypen. Sonde unterwegs. Hm. Hm. Hm, da fällt mir spontan so keins ein. Also ich hab... Wobei, eigentlich muss ich ja sagen, na doch, wenn ich jetzt mal so überlege. Ich hab ja heute nochmal wieder ein bisschen YouTube gesuchtet, wie ich das ja gerne mal so mache. Und da hab ich ein sehr interessantes Video gesehen. Ich guck hier gerne... Ich interessier mich ja jetzt sehr für so Wissenschaftskram und sowas. Und, äh, deswegen guck ich auch gerne Clickstream Science and Fiction. Also wer den Kanal nicht kennt, sollte das echt mal, äh, sich antun. Weil der ist wirklich super. Da, äh, das sind wirklich interessante Themen. Zum Beispiel wurde da auch, äh, hab ich da auch erst über, darüber, über sowas, über YouTube erfahre ich, dass halt es geklärt wurde, wie der Urknall abgelaufen ist. Also das muss man sich auch erst mal geben. Ich erfahre das über YouTube und nicht über irgendwie irgendwelche Nachrichten im Fernsehen. Finde ich auch schon ein bisschen strange, dass ich sowas eher über YouTube erfahre. Aber, äh, trotzdem, äh, sowas interessiert mich einfach. Und da hat der heute ein neues Video gepostet gehabt. Da wurde eine Frau, die hatte im ganzen Körper, hatte die so Krebs gehabt. Irgendwie, äh, und, äh, da soll's wohl jetzt, also die Frau soll komplett von ihrem Krebs geheilt sein worden. Durch Masernviren. Also durch die Viren, die Masern auslösen. Die wurden natürlich so ein bisschen genetisch abgeändert. Aber dann haben die das wohl, so dass die halt die Krankheit Masern irgendwie sich nicht auslösen. Aber trotzdem ihren virulenten Charakter behalten. Und dann haben die sich so in die Tumorzellen eingeschleust und dabei dann den Tumor aufgelöst. Also die Tumoren oder Tumorie oder was auch immer da die Pluralform von ist. Und das finde ich ja sau interessant. Oder davor war ein Thema. Da, äh, ging's dann darum, dass man halt Organe aus einem 3D-Drucker drucken könnte. Was für mich natürlich sehr interessant wäre. Nicht, weil ich selber davon betroffen wäre. Sondern weil mein Vater, der hat, äh, dem wurde vor knapp anderthalb bis zwei Jahren, müsste das jetzt schon her sein. Ne, anderthalb sind das, glaube ich, wurde dem das Bein amputiert. Weil der da eine Infektion drin hatte. Und jetzt stellt euch mal vor, man könnte einfach so ein bisschen mit seinen eigenen Stammzellen, die nehmen dir eine Probe. Ah, niedrig, weg damit. Und, äh, dann, äh, züchten die dir da ganz rucki die Zucke innerhalb von ein paar Wochen mal eben so ein neues Bein ran. Knipsen dir das dann an. Und, Bombs, hast du wieder dein, äh, dann hast du wieder ein voll funktionstüchtiges Bein. Oder jetzt gerade so bei Organspenden ist das ja natürlich sehr interessant. Ich meine, jetzt so, äh, Amputation ist natürlich noch was anderes. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine kaputte Leber hast, weil du deinen Lebtag lang gesoffen hast, wie ein Blöder, ne, dann kannst du einfach sagen, okay, hier, neue Leber. Oder weil du, äh, von Geburt an irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Nierenschaden hast. Das kommt ja auch recht häufig vor, soweit ich da irgendwie das mal mitkriege. Also, dass die Nieren da nicht richtig funktionieren, dann kann man einfach so hier, äh, im Moment ist es ja noch so, du musst Ewigkeiten und drei Tage warten auf ein Spenderorgan. Wenn nicht irgendwie einer aus deiner Familie sich da bereit erklärt, dir direkt ein Organ zu spenden. Aber dann muss das ja auch passen. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Und dann könnte man jetzt, äh, sonst einfach mit dieser Methode sagen, hier, Bombs, wir gehen an Drucker und drucken dir eben eine neue Niere aus. Und das fände ich, allein das fände ich richtig klasse, weil damit so viel Menschen geholfen werden könnte. Da wärst du nicht mehr so drauf, äh, äh, abhängig davon, dass du eben die, was ist denn das denn hier? Ja, Haare-Station, verlassenen Stationen untersuchen. Haben wir schon wieder eine neue Mission. Aber das wär richtig cool. Da würde sich der Lebensstandard von so manchen Menschen, äh, üb, also wirklich immens erhöhen. Gerade, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Herzfehler und du könntest jeden Tag, könntest du im Prinzip umkippen. Mit so einer Angst musst du dann ja auch leben. Weil du weißt ja gar nicht, ob dann rechtzeitig noch, äh, irgendwie ein Spenderorgan, also ein Spenderherz gefunden wird. Und die könnten dann einfach sagen, hier, Bombs, Drucker und zack, haben wir ein neues Organ für dich, ein neues Herz und könntest dir einsetzen. Und dann funktioniert das genauso wie jedes andere Herz auch. Ne? Das wär natürlich immens klasse. Was ist das denn hier? Ach so, das hier ist also jetzt die Anschlussmission an das, was wir eben hatten. Geil. Also eben meine ich in der letzten Folge, wo wir dann den Sandsturm hatten. Da haben wir hier direkt, einfach ohne es zu wollen, direkt die Folgemission gefunden. Ist ja Knorkel-Supi-Supi-Klasse. Dann nehmen wir jetzt hier, äh, nein, äh, na, ähm, hier, äh, Gareth und dann nehmen wir einfach mal Jack hinzu. Einfach ein bisschen Biotik. Habe ich ihm gerade Bock drauf. Kräfte haben wir nicht neu, aber Jack, ne, Jack hat auch nichts Neues. Ah, mir juckt das Auge, Moment. Ah, also jetzt dein Auge sogar. Ach, so, besser. Ah, jetzt können wir auch wieder zielen. Hoffe ich jedenfalls. Das sieht aus, also, also, ne, also wie das aussieht. Ach, du Scheiße. Alle dood. Hm, willkommen. Wirklich willkommen ist man da, glaube ich, nicht. Und da scheint es auch keine Atmosphäre zu geben. Oh, wie gute Jack hier komplett einfach nur mit ihrem hautengen Anzug hier, hier in zwei gürteln, über den Titten, wie hier Gareth und, äh, der Shepard komplett in Vollkörperanzug und die steht hier in knappem Höschen. Überhaupt kein Problem für die Jack. Überhaupt kein Problem. So, speichern. Diesmal auch die richtige Taste gedrückt. Gut, PDA. Dr. Galwind. Auf meinen Vorschlag hin haben wir die Energieversorgung aller Systeme außer der Lebenserhaltung notwendigen abgeschaltet. Außer der zur Lebenserhaltung notwendigen abgeschaltet. So ist es richtig. Hoffentlich ist die VI dadurch nicht mehr in der Lage, uns zu töten. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Alleine werden wir die Sache nicht überstehen. Dr. Talinsen. Hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Ei, 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 und die haben es echt hinter sich. Ach, guck mal, wie schön da die Normandy nebenan parkt. Gute alte Normandy, gut willkommen. Gute alte Normandy, gute alte Normandy. Raffiniertes Iridium. Was haben wir hier noch? Das Iridium nehmen wir mit. Und hier nochmal Iridium. Aha. Energieversorgung wiederherstellen im Dockbereich. Energieversorgung im Dockbereich wiederhergestellt. Aha. Eindringlinge werden gebeten, sich zwecks umgehender Entfernung von der Station zu den Frachtraumtüren zu begeben. Das kannst du aber mal sowas von knicken, Mädchen. Wir lassen uns doch hier nicht kaputti machen. So, was geht denn hier ab? Eindringlinge entdeckt. Sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Warum nicht? Warum nicht? Sag mir das mal. Dr. Galvind. Ich bin davon überzeugt, dass die VUI panische Angst vor einer Infektion hat. Ihr derzeitiges mörderisches Verhalten entspringt wahrscheinlich dem unbedingten Wunsch, uns davon abzuhalten, sie abzuschalten. Ich vermute die eine Fehlfunktion der VUI. Sie glaubt, dass unsere Systeme von einem Virus befallen sind. Wenn wir weiterhin versuchen, sie abzuschalten, wird sie weiterhin und versuchen, uns zu vernichten. Unsere einzige Chance ist vermutlich, nichts zu tun und sie davon zu überzeugen, dass sie keine Bedrohung darstellen. Dr. Talensen. Mhm. Mhm. Jetzt frage ich mich, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich einfach mal hier lang. Was haben wir hier? Mhm. Noch jemand tot ist? Achtung an das gesamte Dockpersonal. Wir warten eine Lieferung Mechtheile von der Hain-Kedar-Anlage auf Carpec. Harkins-Tika-Nebel. Teilen Sie der VUI mit, dass der Frachter MSV Korsika um eine Andockerlaubnis bitten wird. Kennigans. Mhm. Das war ja der, der abgestürzert ist. Mannschafts-Casino. Oh, ah ja. Mhm. Persönlicher Spind. Durch die VUI versiegelt. Da kommen wir also nicht ran. Ey. Mach die Tür auf. Geht doch. Alter, was würde ich dafür geben, so eine Aussicht zu haben? Ei, ei, ei. Ah, Mann. So eine Aussicht müsste man echt vor seinem Fenster haben. Das wäre so genial. Haben wir hier noch P-Day? Achso, das war der. Dann können wir hier zu den Wohnquartieren. Energieversorgung im Wohnbereich wiederhergestellt. Na denn? Ähm. Die Türen des Wohnbereichs wurden verriegelt, um eine Bedrohung für die Station unter Quarantäne zu stellen. Eindringlingen wird zur Selbstzerstörung geraten, um dem Hungertod zu entgehen. Ist aber nett. Wenigstens warnen sie uns noch. So, und das ist hier wohl ein kleines Rätsel. Jetzt kommen wir hier nämlich nicht mehr raus. Eine Tür aktiviert. Jetzt ist die da vorne, und jetzt ist die da aktiviert. Fünf Türen aktiviert. Ach, so schnell ging das. Mensch, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen schwerer. Das ist ja schön, dass jetzt alles aktiviert ist. Und überall sind Leichen und Einschüsse, äh, Einschüsse, Löcher. Persönlicher Spind, die brauchen hier Geld ja eh nicht mehr. Dann können wir das Geld mal mitnehmen. Wir können das Geld wenigstens noch halbwegs vernünftig verwenden. Oh Mann, oh Mann. Hier ist echt die Kacke am Dampfen gewesen. Und ich glaube echt nicht, dass hier noch jemand überlebt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Alle Eindringlinge, die wissentlich die Quarantäne-Vorschriften verletzen, werden aufgefordert, die Station umgehend zu verlassen. Alter. Die VI deutet es doch eindeutig schon an. Maschinenraum, da gehe ich nicht rein. Was haben wir da? Forschungslabor. Da gehe ich zuerst hin. Die VI, die deutet es förmlich an, dass da, äh, mal gleich echt noch ein Kampf auf uns warten wird. Hier raffiniertes Iridium, raffiniertes Iridium. Ach, du heilige. Energieversorgung im Forschungsbereich wiederhergestellt. Aha. Aha. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Keine Ahnung, wohin ich den schießen muss. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Ich weiß noch nicht mal, wohin ich den packen muss, den Strahl. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Aha. Aha. Jetzt vielleicht? Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Fehler in der Testabroge. Testbereich wurde geöffnet. So haben wir das Ding also aufgekriegt. Prototyp der reflektierenden Panzerung nutzen bitte diese Gelegenheit, um die Station unverzüglich zu verlassen. Mhm. Wie kommen wir da jetzt runter? Gar nicht, wie es aussieht, oder? Ähm. Keine Ahnung, wie kommen wir da jetzt runter? Kommt man da irgendwie runter? Kommt man da irgendwie hier? Nö, hier kommt man gar nicht irgendwie hin. Hier geht's auch nicht weiter. Müssen wir wahrscheinlich den Maschinenraum jetzt mal gucken. Na 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 na. Undockbucht, undockbucht. Ich gehe jetzt zum Maschinenraum. Engineering, engineering. Dup dub 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 dub. Plasma wird freigesetzt. Der Versuch, die Wartungssteuerung zu erreichen, führt höchstwahrscheinlich zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod. macht mich nicht kaputt hier persönlicher spinnt pda noch ein pda kennigens ich bin sehr sicher der er mit unserer frau nach dem andocken der kursiker hat dass der ärger mit unserer frau nach dem andocken der kursiker begonnen hat so ist richtig telsen sieht sich gerade die vi an in der zwischenzeit gehen sie die loks durch und finden heraus was auf diesem schiff war dr golwind hier haben wir noch ein paar credits hier noch ein persönlicher spinnt die brauchen das geld eh nicht mehr die weg die weg so hier scheiß plasma hier ach gareth ist drauf gegangen vollidiot ja kommen hier einigkeit mann irgendwie so durch nee doch wir müssen so dran vorbei alter geht auch nicht immer drauf gareth jetzt rette ich dich nicht mehr siehst du und schon lebt er ist wieder schön und wir können uns hier bewegen ohne dass wir dauernd in irgendwelche plasma düsen kommen passt doch mal auf wohin läuft gareth das kann ja wohl nicht sein haben wir das doch auch überlebt die armen schweine hier das ist echt bin ich nicht ich bin lieb ich hab dir gar nichts getan mädchen also echt mal immer ist man feindlich nur warum boah hab ich mich gerade verjagt weil die tür aufgegangen ist so bin mal gespannt was jetzt auf uns wartet jetzt bin ich gespannt ich muss sie leider davon in kenntnis setzen dass alle versuche zur verteidigung der station fehlgeschlagen sind beenden nun die sicherheitsprotokolle ach das war's ich dachte da kommt jetzt noch irgendwie ein feind äh irgendwie ein kampf na super äh shepherd hat die sicherheitsprogramme ja haare station deaktiviert und ist von der station entkommen mhm ja das war jetzt so ein bisschen low ich dachte passiert jetzt ein bisschen mehr ja so ist das eben ne da denkt man es kommt was und dann passiert gar nichts blöd ich hatte mich jetzt echt ein bisschen auf den kampf gefreut ähm nun gut lassen wir den mal so lassen wir das mal so stehen hilft ja alles nüch können wir ein bisschen weiter scannen gehen auch nicht so schlimm auch nicht so problematisch dann sind wir hier auch durch wunderbest ja die alles gut wir kommen doch noch wieder heil nach hause richtig ab kackt ihr denn ins hemd dünn dünn dir dünn die musik hier im hintergrund die finde ich immer cool die berührt dann irgendwie immer schön richtig so dieses typische scifi filings passt also muss ich eigentlich sagen die musik von mass effect passt perfekt zur atmosphäre des spiels meiner meinung nach Das ist richtig schön versprüht richtig schöne futuristische feeling so hier haben wir noch mal die sonden rein ach ja ich würde echt gerne irgendwie wenn es die möglichkeit gebe irgendwie sei mal jetzt 500 jahre alt zu werden würde ich schon jetzt ist ich will nicht unsterblich werden um gottes willen nicht also und sterblichkeit ist glaube ich eben mehr und wird das stellen sich viele so cool vor und sterblichkeit aber ja und sterblichkeit ist ich glaube ich eher ein fluch anstatt ein segen also kannst du dich mit niemandem wirklich binden weil du willst ja immer wieder irgendwelche leute die wichtig sind verlieren aber so richtig schön langes leben so 500 600 jahre 1000 jahre würde ich vielleicht auch noch machen weil ich einfach wissen will wie die welt in 400 jahren aussieht das würde mich einfach wirklich reizen ob die in 400 jahren wirklich so auf so einem stand sind wie hier beim mass effect ob man dann wirklich so ein bisschen durchs weltall fliegen kann das würde mich richtig reizen ich weiß nicht wie es euch geht ihr könnt mir ja mal ein bisschen was in die kommentare hauen ob ihr lieber unsterblich sein würdet oder lieber einfach nur extrem lange leben würdet oder einfach sagt nur meine was ist das denn 70 80 jahre lebenszeit hier auf der erde sind mir genug das reicht vollkommen und dann bin ich zufrieden dann kann ich auch in ruhe abkratzen wie gesagt ich bin der verfechter da von der von der von dem standpunkt dass ich schon gerne doch sehr lange leben würde aber eben nicht unsterblich sein wollen würde wie gesagt so 500 600 1000 jahre sagen wir mal 1000 jahre ich glaube 1000 jahres gut da kriegst du glaube ich eine richtige richtig 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 eine große menge mit ist das jetzt alles müsste doch theoretisch doch irgendwo im planet sein oder ist das wirklich nur noch der hier ach ja doch die beiden hier klar logo und stellt euch mal vor wie die welt einfach jetzt müsst ihr euch mal so vor augen führen wie die welt noch vor 100 jahren aussah ne da war die dampfmaschine nonplusultra man war froh dass man vielleicht gerade elektrisches licht hatte wenn überhaupt ne industrielle revolution gerade angefangen oder sowas ne und heute rennen wir da mit den smartphones rum nein verdammt ne wo äh unsere computer also ich mein smartphone hat mittlerweile garantiere rechenkapitel als mein erster computer das ist dann schon doch ein bisschen strange ach hier geht es ja schon los mit der neuen mission da würde ich sagen mache ich eine kurze folgen pause hier 23 minuten wird die folge ein bisschen kürzer dafür geht es dann in der nächsten folge richtig los mit der ganzen action ich glaube ein guter kompromiss dann wünsche ich euch noch einen schönen guten morgen guten abend und gute nacht je nachdem wann ihr dieses video gucken mögt das ist ja ganz euch überlassen und macht es gut euer bachs achja wenn es euch gefallen hat gerne abonnieren und daumen rauf geben würde mich sehr freuen dann sehe ich auch dass es euch gefällt und jetzt aber wirklich macht es gut bis zum nächsten mal euer bachs tschüss tschüss